Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Moonlighter. Wir gehen wieder zurück in den Dungeon. Ja, also wir brauchen bald schon, glaube ich, noch mehr Truhen. Alter Schwede. Achso, ich habe nichts gestellt. Stimmt, wir müssten von vorn beginnen. Stimmt, dann beginnen wir halt von vorn. Stimmt. Wir mussten hier gehen, weil die Truhe Baki war. Richtig. Halt, ich will nicht schlagen, ich will da rein, da, da. Ah, so, vielleicht schaffen wir sie jetzt. So, wir gehen mal speran. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und zack, ne? Zack, jetzt haben wir. So, komm her, jetzt hier. So, was haben wir denn in der Kiste? Äh, ja, nehmen wir gerne mit. Das auch. Das brauchen wir noch nicht. So, gehen wir weiter raus. Zack, zack. Ähm, hoppala. Zack, zack. Zack. Und zack, zack. Sehr gut. Dann gehen wir hier rüber. Ach, da ist noch ein Zweig. Ich habe dich gesehen. So. Ui. Zack. Erledigt. Zack. Erledigt. Ahui, ahui. Erledigt. Sehr gut. So, und wir hauen wieder ab. So. Da drüben war aber noch nichts, stimmt's? Zack. Grüß euch. Zack, zack. Zack. Zack, zack, zack. Halt. Dann da. Gott sei Dank. So. Da war auch noch sowas. Zack, zack. Sehr gut. Und wir können gleich in die nächste Abteilung. So muss das sein. Ui. Ein Kügelchen. Hau dich an, bitte. Dann halten jetzt. Ui, ui. Müssen wir mal die zuerst ausmerzen. Zack, 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 zack. Aber jetzt, zack. Ui, ja. Tada. Naja, wen kann das hier ankommen? So. Das hier. Na wenigstens was. Auch wenn es uns ganz schön die Gesundheit gekostet hat. Was soll man machen? So. Also, das gehört uns. Was haben wir hier? Flucheffekt blockiert. So. Passt. Das ist auch Flucheffekt, ja. Dann bin ich dafür. Ha. Das mal das so machen. Na, das wollte ich nicht. Das wollte ich haben, so. Zack, weil dann können wir das nämlich schon wieder stecken. Zack. Genau. Und das können wir schon wieder hier draufstabeln. Ja. Zack. Passt. So soll das ausschauen. Schwupp. Zack. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Wupp. So. So. Geht ja. Dann das kaputthauen und weiter geht's. Aha. Ja. Unglaub ich, oder? Ja. Jetzt aber. Unglaub ich. So. So. Dann schauen wir, was wir hier drin noch kriegen. Zack. Und auch gar nicht mehr so wenig. Zack, zack, zack. Sehr gut. Sind wir voll? Ziemlich. Was ist denn das hier eigentlich? Nix. Einfach ein paar Sackerler. Okay. Ja, wir sind voll. Wäre vielleicht sogar klug, rauszugehen. So, gehen wir mal zurück. Gehen wir mal zurück ein Stück. Da drin waren wir schon, ne? Ja. Würde ich sagen, machen wir einfach hier und zu Bord. Und bringen das Graffel mal in Sicherheit. Und dann schauen wir weiter. Na, das war verkehrt. So. Jetzt aber. So. Wir verbraten unser ganzes Geld. Das ist echt schrecklich. Aber wenn wir viel Glück haben, können wir mit dem Zeug, was wir bis jetzt gesammelt haben, wir das um die 40.000 machen. Das wäre cool. Dann kann ich schon ein bisschen verschwenderisch sein. Da brauchen wir sowieso, glaube ich, zwei Tage, bis wir das wieder alles verkauft haben. Äh, was? Was war das jetzt gerade? Rein mit dir. Gut, das sind wir voll. Dann kommt hier noch was rein. Zack, 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 zack. Sehr gut. Und wir hauen wieder ab. Dann gehen wir jetzt wieder an. Dann gehen wir jetzt wieder an. Servus. Servus. Oha. Der hatte viel. Ja, der ist auch nicht schlecht. So. Flutsch. Aha. Ja, wir haben jetzt hier angehaut. Das ist immer schön. Komm, hau die an. Wow. Ja, so geht's auch. Okay, die Vase hätte ich nicht gedacht. Also der Krug. Der Topfkrug, wie auch immer. Dass das funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Aha, ist schon wieder zum Davonlaufen dann. Können wir da irgendwie die Karte schnell anschauen? Ein großer Überblick der Karte geht nicht, ne? Dann laufen wir davon. So. Ach so, da müssen wir runter. Opa da. Wacht mal. Ich versuch's da drüben. Äh, warum ist die falsche Waffe? Würdest du bitte das kaputt schlagen? Vielen Dank. So. Fluch-Effekt blockiert. Ich nehm' einmal alles mit. Okay. So. So. So und so. Und weiter geht's. Ich schau mal hier rauf. Heilen brauchen wir uns nicht. Hier rauf. Okay. Ja, 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 ist schon rechts. Oh, Mistviech. Boah, voll rein. Na, halt mich nicht fest. Du Mistviech. Bitte stirb. Bitte stirb. Okay, da haben wir einen Dungeon. Bitte stirb's weg. Alles schnell, schnell, schnell. Passt, sehr gut. Ich glaub' wir haben sogar noch das Item gekriegt. Und tschüss. So muss das ausschauen. Gut gemacht. Sehr gut. Dann weiter. Also nicht vergessen, großes Tor ist Pfui-Pfui. Das ist noch nix für uns. So, haut dich an. Na, nicht bei mir. Die hängen blieben nämlich beim Felsen, da ist eh klar. Was sonst? Tuck, 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 tuck. So. Und zack. Und zack, zack, zack. 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 Na? Jetzt aber. Zwei mit einem Schlag. So muss das ausschauen. So, rutsch, 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 rutsch. Ah, dann wieder eine coole Kiste. Wow. Alter, alter, alter. Der ist auch hin. Na, der ist nicht hin. Tschüss. Aber jetzt. Zack. So ist gut. So, hoffen wir das Beste. Ja. Äh, zerstört. Das werden wir auf keinen Fall zulassen. So. Was haben wir hier? Nach Hause teleportieren. Äh, Fluch-Effekt blockiert. Das wäre super. So, das hätten wir schon mal. Verdoppelung. Das können wir da drüben machen. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, eigentlich, ob das dem Fünfer was Gescheites worden ist. Also die Fünferstexner. Ich muss das da nochmal schauen. Dann können wir das nämlich aufteilen. Warte, das war jetzt nicht schlau. Äh, so wollte ich machen. So, was haben wir hier? Nach Hause bringen. Das weiß ich noch nicht. Verdoppelung. So, würde ich sagen. Und so. Nur vier tue ich weg. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Ähm, Fluch-Effekt blockiert. Wieder eins zum Verdoppeln. Ich glaube, ich werde hier mal den Fluch-Effekt wegnehmen, um zu schauen. Hm. So. Das war jetzt reiner Fail. Das ist hier. Angrenzender Block entfernt. Fluch-Effekt. So, zack. Wir haben hier sowas. Okay. Können wir schön was decken? Schaut schlecht aus, ne? Das ist zum Vermehren. Liebet und vermehret euch. So. So. Das schaut besser aus. Dann nochmal was zum Verdoppeln. Das... Puh. Jetzt wird das ziemlich knapp schon, ne? Platztechnisch. Na, was ist denn da, da? Da will ich Sinn haben. Leidenschaftszeiten. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und den Gegenstand. Ich glaube, da muss ich echt schauen, dass ich irgendwas nach Hause bringe. Ich glaube, ich werde das nach Hause bringen lassen. Oh, das sind lauter verschiedene Schriftdinger. Ähm, entfluchen. Keine Ahnung. Wir haben eigentlich nichts zum Entfluchen. Ich meine, dieses Graffel, das da könnte ich verkaufen. Das Stringgesinn brauchen wir nicht. Genau so wie das. Ja, eigentlich alles, ne? Alles, was wir da noch dran haben, können wir eigentlich zu Geld machen, ne? Es ist eh wurscht. Dann will ich es aber eher so tauschen, dass ich die noch mitnehme. Die dafür verbrat. Und die ist wertvoller, ne? 110. 300. Dann werden wir so tauschen. Das werden wir verkaufen. Und das ist nicht so viel wert. Das werden wir auch verkaufen. So. Ich glaube, ist okay. Das ist jetzt nur, ich muss schon wieder abhauen. Das ist halt echt doof, solche einzelnen Dinger. Aber dafür vermehrt sich das halt vielleicht sehr gut. Gut, ich probiere es nochmal, ne? Wir hauen nochmal ab. Was sollen wir machen? Dafür haben wir halt recht viele Items dafür. So. So. So, ist gut. Gut, 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 gut. Ist halt ein bisschen mühselig, ne? Was soll man machen? Dafür können wir nachher, wenn wir den Golem vielleicht sogar geschafft haben, können wir vielleicht dann richtig schön verkaufen. Ich hoffe, dass ich den Kerl schaffe. Schauen wir mal schlecht aus, ne? Wir sind richtig gut gefühlt. Schön. So. Ein weiteres Mal trauen wir uns in den Dungeon, ne? So. Geschneuzt und gestriegelt. In dunkler Nacht. Schauen wir mal, was der Golem-König uns bringt. Es freut sich nicht. Ist mir wurscht. Ich hoffe, dass wir noch zum Golem-König kommen. Und das wäre super. So. Zack. Zack, zack. Wir können auch ruhig weiterhin Monster klatschen. Und es ist wurscht, weil, wie gesagt, ich muss ja noch einmal dann den Dungeon per Teleporter verlassen. Also ist nichts schlimm. Und jeden Gegenstand, den wir haben, ist gewinnt. Würde ich sagen. So. Dann hauen wir ab. So. Zack, zack. Zack, zack, zack. Na, komm da her. So, ist fein. Und dann, und dann, und dann. Sehr gut. Komm, hau dich an. Hau dich an. Hau dich an. Ja, so geht's auch. Zack, 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 zack. Okay. Hat's gewickt? Ja, super. Hat hingehauen. Falsch. Dieser rote Schleim, der ist echt nervig. So. Ist da was zum Lesen? Das schaut komisch aus. Na. So. Ich hab keine Ahnung. Ah, da war mal nichts. Ui. Da hab ich was falsch gemacht. Ja. Nochmal. Ich wollte nur, ich wollte nur, ich wollte nur darüber, ey. Hallo. Jetzt hat er sich weh dann. So. Sehr gut. Alter. Geh rein. Geh sterben. Mistviech. So. Da drüben haben wir noch so ein Opfer. So. So, ist gut. Schüsch. Und wieder Daumen drücken. Bitte sei nicht fang. Sehr gut. Ah, also das haben wir mal. Dann hier. Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Das wird hoffentlich nicht passieren. Da werden wir gleich so machen. Schicken wir gleich heim. Da haben wir noch was zum Heimschicken. Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Dann werden wir sowas heimschicken. Dann passiert das gar nicht. So. Passt. Nächster Raum. Einmal heilen. Das ist sehr gut. Und weiter. Nächste Tour. So. Haha, nichts erwischt. Aber jetzt dafür. Zu früh gefreut. Alter. Alter. Unfassbar. So. Bitte sei nicht buggy. Sehr gut. Gegenstand geht kaputt, wenn zu viele Treffer. Oh, aufgehobener Fluch-Effekt. Dasselbe hier. Das ist super. Das ist sehr gut. Jetzt können wir das nämlich stacken, glaube ich. Ja. Ähm. 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 Bei dem wieder gezeigt, die Gegenstand zu diesem. Okay. Da bauen wir uns wieder was zu sein. Ich habe schon wieder geschaut, ne? Ich Idiote. Ich vergiss das immer. Flatter wegklauben. Reinschmeißen in die Truhe. Vergesse ich immer nachzuschauen, ob das wirklich auch zu fünf wird. Aber ich glaube schon. Ich hoffe. Und. Fluch-Effekt aufgehoben. Das. Da haben wir noch nichts Gescheites. So. Machen wir so dabei. So. Ja. Ja. Dürfte passen. Ah. Da haben wir das große Tor. Nix da. Da gehen wir noch nix durch. weiter. weiter. Jawohl. Schleimhutzer besiegt. Sehr gut. So. Jetzt habe ich echt schon wieder Schieß aufzumachen, ne? Bitte sei nicht buggy. Sehr gut. Der Zauberspruch wirkt. Ähm. Ähm. Ja. Das wird blockiert. Ja. Was war hier schnell? Fluch-Effekt wird blockiert. Okay. Passt. Also. Dann können wir das ja schon mal machen. So. So. Dasselbe machen wir auch gleich hier. Jetzt sind wir eh schon wieder voll eigentlich. So. Tak, 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 tak. Sehr gut. So. Gut gesteckt. Das können wir auch noch hier tun. Hier hin tun. Ja. Ja. Dann zum nächsten Raum, ne? So. Haut sich schön an. Tsch. Sehr gut. Du kannst dich ruhig nochmal anhauen. Okay. Das klappt wahrscheinlich nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Oh, das war zu wenig. Oh, das war zu wenig. Aber jetzt. Sehr gut. So, den Raum her. Jetzt auch. Aha, da haben wir noch mehr sowas. Okay. Gut. Dann gehen wir abermals Geld aus. Kommt eh so selten vor. Und nehmen, gönnen uns eine kleine Stärkung und leeren die Taschen aus. Ich werde alles ausleeren, bis auf den Trank, der kommt eh ganz oben hin. Den verlieren wir da nicht, wenn ich verliere wieder mal. Sollte ich verlieren, haben wir halt Pech gehabt. Sollte ich gewinnen, haben wir Glück gehabt. Aber auf jeden Fall werden wir dann, wenn wir hier wieder draußen sind, aus dem Dungeon, werde ich dann unbedingt verkaufen müssen. Und werden wir uns dafür hinlegen müssen. Ist egal. So. Oh. Okay. Ja. Ja. Okay. Wir sind richtig voll, ne? Das wird ein Riesenspaß dann verkaufen und so. So. Wieder auch voll. Dann muss ich das da oben reinschmeißen. Hilft nix. So. Wir sind zu voll. Interessant, oder? So. Passt. Gespeichert ist, ne? Hoffen wir's Beste. So. Jawohl. Speichert tut er. Sehr gut. Das haben wir am liebsten. Und dann brüllen wir nochmal den großen, bösen Golem-König da. Den Chef. Also, wir dürfen, wir können problemlos zu ihm hin und Schaden machen. Wir werden das schon hinkriegen. Hoffe ich. Dum, dum, dum. Oh. Oh. Okay. Okay. Einfach fällt mir fest drauf. Wir werden das schon schaffen. Ausweichen. Möglichkeit. Aha, man sieht es. Man sieht es am Dings. Okay. Wenn der Kreis immer größer wird. Niemand hört da glaube ich auf. Ja, jetzt. Okay, das ist nicht schlimm. Das wegstupsen. Das ist nicht schlimm. Okay, Hammer. Jawohl. Schön. Sehr, sehr gut. Haben wir jetzt den Schlüssel bekommen? Für den nächsten Dungeon. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, jetzt können wir uns wieder bewegen. Können wir da was machen? Da haben wir was bekommen. Das ist das. Kristall des Golemkönigs. Ein riesiger Kristall mit genügend Energie, um den enormen Golemkönig mit Energie zu versorgen. Haha, ja. Auf Deutsch hat Energie. Gibt es noch mehr von dem? Drei, ne? Das ist sicher ein Züppchen wert. Ehehe. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Bitte sei nicht, Bucky. Gott sei Dank. Was haben wir denn hier? Golem-Geschichte 1. Okay, die kennen wir schon. Golem-Geschichte 3. Golem-Meißel. Entwürfe ein Haufen. Die Golem-Fibel. Geschichte 2. Golem-Notiz. Hatten wir die schon? Golem-Notizen. Der König des Steins. Er wurde mit dem größten Energiekristall erfüllt, der gefunden wurde. Diese Entität wird uns immer beschützen. Schön. Geilo. Wir haben den Golem-König besiegt. Wie cool ist das denn? Yeah, 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 yeah. Hurra, hurra, hurra. Ich schaue mich noch kurz um. Ob es noch etwas gibt für uns? Aber ich glaube nicht, ne? Hey, das ist voll cool. Ich freue mich. Und weg sind wir. Voll cool. Das ist ja noch in dem Part ausgegangen. Ich freue mich, echt. Super. Und wir haben einen Schlüssel bekommen. Das heißt, wir dürfen jetzt eigentlich den nächsten Dungeon besuchen, ne? Und noch was. Ein Traum von unserem Händler-Bubi hier ist in Erfüllung gegangen. Wir haben die fünfte Ebene oder so erreicht, ne? Eigentlich. Ah, da kommt ja schon der alte Knacker. Du, du. Ich weiß, die Stimme hat mir. Du warst... Du, du warst das doch, oder Will? Ja. Du hast den Golem-König besiegt. Oh, Mann. Da hast du dich wieder unnötig in Gefahr gebracht. Ja, ja. Ja, der Zaster-Boy kann nicht anders. Wie? Ein Schloss am Tor hat sich geöffnet. Vielleicht war Pete da noch... Was? Was? Nochmal. Vielleicht war Pete da doch am... Aller etwas dran. Ja, ja. Genau. Ich bin schon alt. Ich kann das nicht mehr so gut mit dem Reden. Ja. Egal. Lass... Lass es einfach bleiben. Genau. Ja. Dein Leben ist kostbarer als das. Ne. Zaster-Boy braucht Kohle. Ja. Da muss man sich auch manchmal in Gefahr begeben. Pete hat... Hat unsere Warnungen auch ignoriert. Ja, ja. Und jetzt ist er... Naja. Weg. All der Trubel. Um die und deine heroischen Taten hat die Stadt offenbar dazu bewegt, den Waldtanschen wieder öffnen zu lassen. Ja, ja, ja. Nach deinem Sieg über den Golem-König solltest du dich aber vorerst wieder ein bisschen auf den Laden konzentrieren. Ja, ja. Die Leute kennen den Namen Moonlighter jetzt. Das musst du ausnutzen. Schau dich am schwarzen Brett um und erweitere deinen Laden. Vielleicht findest du ja sogar neues Personal. Ich habe von einem Fremden gehört, der hier einen Laden öffnen will. Wir haben schon vier... Naja. Er ist ein bisschen seltsam. Verkauft Dekorationen und sowas. Den haben wir schon. Aber vielleicht hast du dafür nach einer Erweiterung, ja, Verwendung. Übrigens habe ich gehört, dass André von der Vulkanschmiede gerade an einer Ladung neuer Ausrüstung arbeitet. Genau. Er erwartet wohl, dass die Leute sich von dir inspirieren lassen. Ja. Und ihm jede Menge neues Material aus dem Walddanschen bringen. Mhm. Sieh dir an, was er Neues zu bieten hat. Genau. Wir sollten das noch... Äh, was? Wir wollten doch... Wir wollen doch nicht, dass du noch ins Gras beißt. Ja. Danke. Ja. Danke. Oh. Yeah, der Walddanschen... Danschen. Der Walddanschen ist offen. Cool, 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 cool. Super, wir waren sehr erfolgreich heute wieder mal. Und das bedeutet, ihr Lieben, auch der Part heute ist zu Ende. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.